Boah, bin ich ein Idiot, ne? Ich hab die ganze Zeit kein Video gemacht, sondern ich hab die ganze Zeit ein Foto nur gehalten. Jetzt muss ich noch ein paar Kommentare reißen, es gibt Krieg! Okay, es war halt schon. Du Mann ist ein Schweine. Ich rote euch aus, ihr Pfützen, nicht mal ruhig kalt. Du dummes Arschloch.